Es taucht natürlich bei vielen die Frage auf, warum überhaupt noch Abschlüsse? Und ich sage immer, man muss über Abschlüsse sprechen, im Zeitalter von Udacity und Co. mit Nanodegrees. Aber wo sollst du einen Rahmen schaffen? Weil dieser Mythos von, ich kann mir alles selbst beibringen, du musst einfach Rahmen schaffen. Das ist für mich auch so, warum es Schule weiterhin gibt, warum es Uni weiterhin gibt. Es muss nur anders durchdacht werden. Das geht ja bis hin zu, wo arbeitest du später? Also was kriegst du für einen Rahmen, wo du einfach jetzt ein Leben lang lernst? Und nicht nur ein Leben lang lernst, so nach dem Motto, hier ist der nächste Learning-Kurs von irgendeiner Online-Plattform, sondern, keine Ahnung, gemeinsam entwickeln, austesten.